Hallo Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge Wir alle spielen. Verstehe? Ja. Okay, äh... Zweiten Teil. Ich glaube, ich bin bei dem gleichen Problem. Wie du? Ja. Du musst dich jetzt aufhören. Äh, nein, ich muss... Jein. Was heißt ein Jein? Ja und nein. Colin, eine helle... Ähm, eine helle... Ja, fiese. Ich muss aber schon mit sie gemacht. Oh Gott. Colin, und wie geht's dir? Der helle hat sie hier abschießen. Geht's? Nein, geht's nicht. Ich hab das, Colin. Ich versuch gerade zu dir zu kommen, Colin. Ich versuch gerade zu dir zu kommen, Colin. Colin. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Du bist gerettet. Versuch einfach zu dir zu kommen. Halt zu dir! Jetzt komm. Was? Oh nein! Waren es nur die Standardtools oder was? Nein, ich bin nur die Standardtools. Hm. Olli. Wer? Der Holz. Das Holz finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Standardtools können wir ja wieder machen. Colin. Holz ist hier ja überall, deswegen ist es nicht so schlimm. Oh nein. Also halb so wild. Guck mal. Olli, den noch hab. Oh, oh, und um alle Feldern auch. Oh, Moment. Ich finde, das hätte ich gerade mit Erde zugebaut. Okay. Achtung, Creeper, Creeper, Creeper. Ach. Ach. Ja, ich denke, kurz mal weg. Das ist so. Oh mein Gott, danke. Hui. Ich bin wieder da. Boah. Pass auf dich auf. Hui. Mein Gott, was passiert hier überall? Colin, halbes Herz? Ist der Bauch halbes Herz? Ich nur das dran. Ich habe zur Sicherheit kurz deine Sache rein. Und ich bin am Anfang. Ah. Colin, wo bist du? Colin, halbes Herz? Ach so. Wer ist da gestorben? Ich. Nein. Im Mund fluchen. Finny, du warst halbes Herz. Ich, ich, ich. Ach, heute. Nullmal gestorben. Hi, Finn. Ah. Du musst jetzt versuchen, da hinzukommen. Ich habe auch ein, ein, ein singes Herz. Da lang, Finny. Komm. Ich muss jetzt sitzen. Ich sieht gar nichts dann da. Mäh, 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 mäh. Hör auf, Finny. Ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie. Renn einfach weiter, einfach weiter. Was er abhieße? Das geht gar nicht. Olli. Das geht gar nicht. Durch den Dunkelwald, durch den Baumbuswald. Einfach weiter. Wir müssen das Dorf finden. Ich weiß. Wir müssen früher... Hör auf den Wimpern. Er will den Wimpern. Umdrehen. Umdrehen. Äh, hier hoch, 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 hoch. Hoch, Finny. Olli. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier hochlaufen! Aber alte Sachen, der Halliagher. Nein! Das wäre doch gleich irgendwie cheapy. Da. Der Ecken. Ähm, ich seh das nicht mehr. Ja, ich hab auch gerade ein kleines Problemchen. Nein! Du schaffst das, Finny. Colin, wo ist das Skalette auf einmal? Ich glaube an dich. Ich bin getötet. Ich habe eine Eisnerz. Ich habe Eisnerz gehabt. Das war mir so wichtig. Ich habe was zu kaufen. Fini, meinst du, du kannst aber zurück zum Anfang? Du hörst es. Und hör aus. Stieb kurz, Fini. Stieb kurz. Warum? Zu kurz sterben. Warum? Wir können weiterlaufen. Na, weil wir beide falsch gelaufen sind vorher. Oh mein Gott, Babyzombie. Wer? Du? Hinter mir, ja, Babyzombie. Warum? Mein Gott. Emily, warum du nicht alle Betten partierst? Weil ich es vergessen habe, Fini. Und außerdem hat Olli kein... Doch, Olli hat... Ich habe den Einziger. Oh, I, 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 da, bin, die, bin ich. Ich lasse hier schon alle. Fini, genau da runterlaufen. Genau da runterlaufen, Fini. Ich melde mich beim Geld. Ja, genau da runterlaufen, Fini. Beutat. Einfach da runterlaufen, Fini. Hier ist mein Bett. Einfach da runterlaufen, Fini. Du schaffst das. Laufen! Komm, das ist jetzt dein Bett. Ja, das ist Fini's Bett. Das ist Connys Bett. Fini, bist du am Fluss? Das ist das. Bist du am Fluss? Ja, es sind zwei Spiele. Da bin ich am Fluss, Fini. Schwimm den Fluss entlang. Ja. Schwimm den Fluss einfach entlang, Fini, okay? Olli korrinate, Mutter, ich sehe. Aber ich weiße, wo um es sein wird. Ja, genau da. Genau da. Hier taue ich auf. Fini, einfach weiterschwimmen, okay? Skelett ignorieren, einfach weiterschwimmen, okay? Ja, es tauche. Fini will es rings hoch. Hoch und raus aus dem Wasser. Genau da raus aus dem Wasser. Ja. Emila, weiter. Es bringt... Fini, bitte, rüttel. Und du bleibst... Komm. Da vorne ist das Dorf hin. E... Ah. Ja, hier ist das Dorf. Emili, du kannst ganz weit weg von mir. Ich kann vor. Du musst ja alleine bleiben. Jetzt will ich dir gerne nachschauen. Ist schon wieder ein Eisengohlen gespawnt? E, 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 da den A-Zone. Ja. Hast du Blöcke im Inventar? Hast du Blöcke? Wenn du keine vier Blöcke hast oder drei Blöcke hast, dann kannst du ihn doch nicht besiegen. Ja, bitte. Aua. Nein, bitte. Darum ist es ungepillt. Darf ich sterben. Darf nicht noch mal sterben. Du, 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 Olli. Du siehst mich nicht. Ich beschütze dich. Du siehst das kleine Skelett, du siehst mich nicht. Wo ist es denn? Hier? Das kann ich mir eigentlich... Oder das da, ja? Das ist gerade gestorben. Gescheit. Oh mein Gott. Oh, oh. Colin ist der Mann. Fischer. Puh. Okay, äh, das hier gehört Olli. Äh, wenn ich... Das gehört dir. Das gehört Colin. Oder? Ja. Dann gehört das hier mir. Will ich mal zu Gelb oder Weiß? Na, 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 na. Gelb oder Weiß? Ähm, Gelb. Nein, nämlich Weiß. Hier. Aha, eine neue Eisenrolle, das ist ja, Rubin. Nein, nein, es mag nicht noch was, der... Es mag nicht noch was. Du schaffst das. Einfach Gelb. Nimm Gelb neben mir. Perfekt. Oha. Jeder hat jetzt einen Ries-Befon. Der war jetzt gelb. Okay, ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid. Ähm, es braucht... Ich bin dein... Nimm zu den Dorf. Was? Nimm zu den Dorf. Ich bin zum Beispiel durch Dorf. Ich... Und... Ich sehe deine Eisenrolle. Ich hinaus sehe. Du holst dir erst mal was zu essen, viel. Magst du was essen? Ich hab nämlich die Ess-Wir. Ja, also, ich lass das Essen holen. Olli. Du magst nicht mehr. Isst mal was. Was? Und die Tür. Ich hab's da auch ganz oben geschaut, hab's da auch ganz oben geschaut, hab's da auch ganz oben geschaut, ja was ist das Haus, da auch ganz oben ist ein Haus? Ja, ich dachte machen! Ich hol Holz, Fenni, ich glaube in der Kiste liegt noch Holz, geh mal da gucken. Ich hab's auch so ziemlich genommen. Ich, das! Na guckt einfach gemeinsam. Ja! Ist da Holz drin? Ja! Und nimm Dschungelholz auch her, Dschungelholz kannst du mich auch hernehmen. Nein, ich hatte voll viel Dschungelholz, aber ich weiß nicht, wo es war. Okay, ich soll, dass ich verschiedene Farben rankriege, dass unsere Betten markiert werden, okay? Ja, was soll ich denn? Das ist rosa. Das ist rosa. Das ist rosa. Okay, Marc, wer rot? Ich. Oli rot. Gibt's blau? Äh, muss kurz gucken. Muss ganz kurz schauen. Ja! Blau ist auch. Oli ist... Oli Isun! Ich komm eh nicht ganz nach oben. Das ist alles, aber ich hab keine Spitzhacke mit. Egal. Gehst du nach oben, Colin? Ich hab keine Spitzhacke. Ja, ich hab meine Ferzen. Colin, welche Farbe möchtest du? Weiß. Weiß? Ja, ja. Weißes Bett haben wir zuhause. Fini, irgendwelche bestimmte Farbe bei Bett? Blau. Blau hat Oli. Magst du rot? Na, ich will blau. Ich will blau. Wie, 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 wie? Äh, na? Äh, 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 Fini, die hier hier habe blau Böhn. Ja. Bei ihnen war es aber immer rot. Na. Ist ja rotes Bett. Nein, ich will blau. Ben Oli. Ist jetzt egal. Und Fini nie immer rot. Äh, da müssen wir da weiter bauen. Wo Eisen? Fini, darf Oli da weiter bauen? Wo Eisen? Du Antikverbände. Ich baue eh nur die Wände. Ähm Olli, ich kopf was hin. Und deine Eisen. Ich hab blau, blau und so nüde. Alle Eisen. Ah! Da oben ist Eisen. Olli! Meine Botte hoch, hoch, müssen. Hier, Finn. So, mein Bett ist rosa. Okay? Finn ist hier. Das ist nicht Finn, das bin ich. Und warum hab ich jetzt keine Augen mehr? Keine Ahnung. Keine Augen. Ah, jetzt hab ich... Ach so, Steve kann blinzeln. Schau, jeder Skin kann blinzeln. Blinzelst du aber bei mir gar nicht? Ähm, ja. Da. Hast du den überhaupt da oben? Ja, hab ich. Schau, ich blinzeln. Okay, Finn, wo bist du? Blinzelst du? Schau mich mal an, ob du ein Gesicht hast. Ja. Warte, jetzt will ich schauen, ob du auch blinzeln kannst. Ähm, Olli. Autofahrne. Höre Lohnne. Ich kann nicht blinzeln. Ich habe... Ich habe... Ich hab ein Blinzeln. Ich hab ein Blinzeln. Ich weiß auch nicht. Oh, oh, oh. Oh mein. Da ist Wasser. Der Lohnne. Okay, Finn, in der Kiste liegt Holz. Danke. Ich habe ein Blinzeln sehr gut. Colin, meinst du... Colin, du bist da. Bau die Treppe auf. Nein, bitte fliegt doch nicht. Ohhhh. Pass auf. Nee, nicht so... Hibbern. Hibbern. Ich habe deine Sachen kurz. Na, Colin kann es genauso. Er ist ja auch hier gespawnt. Ah, es geht nicht hier, Baby. Jetzt muss ich kurz drüber auf. Ja, na, annehmen wir weg. Alles okay? Ja. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. Wo meine Sachen? Ich muss den Bär mit drauf finden. Oh. Dann. Olli. Danke. Danke. Okay, dann. Okay. Ich hatte eh einen anderen. Dann haben wir noch mal die Stammelsachen zu holen. Ich hab's schon wieder vergessen. Okay, äh... Warum machst du die nicht zu Holzbrettern? Nein, wegen... Nein, wegen... Das ist super. Das ist super. Hinau da unter ihr Lande. Hä? Oder meine Angeln. Meine Angeln. Wo ist mein blaues Bett? Ich hab's noch nicht gefärbt. Falls ihr sterbt, hab ich's noch nicht gefärbt. Hast du mir das jetzt gefärbt? Weil... Nicht in der Kiste. Ja, ich glaube es. Ja, ich glaube es. Ich hab's noch nicht gefärbt. Ich hab's noch nicht gefärbt. Ja, ich hab's noch nicht gefärbt. Pini, ich geh Holz holen. Danke, aber bitte auch... Nur Sorte! Nur Sorte! Es ist ein bisschen Eis... Das Holz, das ist hier grad platziert, bitte du auch holst. Ich hab's noch nicht gefärbt. Ähm... So, mal... Dschungelholz. Ja... Alles geil. Ja... Ja... Schau mal... Es geht doch! Es geht doch! Ja... Ich hab's noch mal Holz... ... und da... ... ein bisschen gefärbt. Hallo, Wemann, ich kann dich auch retten. Woh... ... hab ich nicht... Sorry, ich kann dich nicht retten, Pini. Woll ich sein? Bitte, 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 bitte. Was ist denn überhaupt? Es bin bei unserer Inchirmes im Weg zu gehen und... ... ne, eine gefallen. Oh. Egal. Ich... ... selber retten. Das ist mein neues blaues Bild. Fini hat die Farbe gelb. Er meert die rosare. Fini hat gelb. Und Colin hat weiß, so wie er wollte. Ah! Äh, öh, 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 rieber. Na? Geht's, Fini? Ich hab blaue... ... eine... ... und noch was? Baby Edgar! Hä? Wo, 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 um ein Insel sein? Da, 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 da... Das ist, glaub, eh richtig. Na? Dann mehr. Da sind die Blumen, Colin. Doch, sicher, du bist richtig. Baby Edgar... Was heißt schon? Finn, Finn, Finn. Bleib beim Baby Edgar. Ich hole eine Kartoffel. Kartoffel? Baby Edgar? Ach so. Fini, du kannst das Baby Edgar behalten. Glückwunsch. Dann muss ich die ganze Zeit mit der Kartoffel halten. E, E, A, F, K, 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 K. Hey, und groß werden sie. Pidi. Pini. Hui. Finn. Hi, Finn. Hi, Finn. Fem. Ich saue auf das Baby. Ich hab jetzt schon ein halbes Stack. Ey, komm. Leute. Du, 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 du. Soll ich die giftige Kartoffel essen? Nein. Na? Dann bist du vergiftet. Für immer. Nein. Ich hab gedacht, ich werde nicht vergiftet. Ich werde immer wieder vergiftet. Oli, es reißt doch extra giftige Kartoffeln. Da. Fertig. Es braucht die Kartoffeln. Oli, ich geh schon zu dir. Ich geh schon zu dir. Ich geh mein Baby. Es wird Nacht. Ja. Und ich geh immer noch kein Baby-Eck-Date zählen. Oh. In der Colin. Finn, da oben bist du? Ja. Doch, 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 doch. Gib mir Kartoffeln. Gib mir. Die kannst du nicht zählen. Finn, du baust jetzt das Haus für dich. Ich tu das Baby-Eck-Date zählen. Er hat kein Holz. Oder hast du Holz, Finn? Ja, ja, ja. Hast du Holz? Nein. Dann muss ich dich jetzt auf meine Reisen mitnehmen. Nein. Nein. Okay. Finn, kommst du kurz Kartoffeln? Oder du baust das Haus halt weit. Au. Er hat kein Holz. Colin. Nicht das Baby-Eck-Date zählen. Kartoffeln. 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 Ich weiß. Der Baby-Eck-Date. Wenn der Eck-Eck-Eck-Date. Hier. Du kriegst zwei. Oh, der kann hier hochlaufen. Brauch. Ups. Du kriegst zwei Kartoffeln. Ich komme mit einem Steak und zwei nach Hause. Hier. Ich bin mit einem Topfeln. Oha, la la. Bitte runter. Oha, la la. Bitte runter. Ich habe die giftige Extra schon begessen. Finn, ich alle muss nicht kämpfen. Nur ich. Weil ich habe einen Dier mit. Oh, das ist groß. Es kann das noch größer machen. Oh, nee, es kann das auch größer machen. Finn, ich hole sie in die Kiste. Mima muss kämpfen. Nur ich. Weil ich habe einen Dier wert. Ja, und? Ich habe einen Eiserusson. Ich schlafe jetzt. Nein, ich habe vergessen mein Schild. Wir schlafen jetzt erstmal alle in der Runde. Darf ich ein Eisen von wem haben? Ich habe kein Eisen. Ehm, Holly. Legt euch jetzt alle erstmal hin. Wir schlafen jetzt. Alle einmal hinlegen. Oli, hier hinlegen, bitte. Damit wir die Nacht durchschlafen können. Zieh. Keiner steht auf, bevor die Nacht riecht vorbei. Wir laden eine Affe an, ne? Ja. Essen. Ich stehe halt für eine Affe an. Ich verwaffe. Ist das jetzt Oli, Finn oder was? Ja, Oli und Finn sind gemeinsam. Edgar steht da. Hä? Ich freue mich. Ich habe die Affe an. Colin, ich habe noch kein Eisen. Kann ich jetzt noch ein Eisen kurz haben? Ich hoffe, das Eisen kriegst du das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen, so wie beim letzten Mal. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.